Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich euch einen anderen Blick auf die Space Wolves präsentieren. Davor aber an all unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, einmal ganz kurz an der Stelle ein vielen, vielen Dank für 3000 Abonnenten. Das macht uns sehr fröhlich und gibt uns natürlich auch irgendwie Bock und Freude am weitermachen. Jetzt sind die 5000 ja in, ja keine Ahnung, greifbarer Reichweite. Das wäre natürlich noch schön, das, ich sage jetzt mal, dieses Jahr zu schaffen. Mal gucken. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, macht es gerne, aber das ist alles an Werbung, was ich für den Rest dieses Jahres in die Richtung machen werde. Genau, damit kommen wir auch schon direkt zu unserem Video und zu einem anderen Blick auf die Söhne des Russ, auf die Space Wolves. Das waren, also zum einen eine Auftragsarbeit quasi, es ist in den Kommentaren gewünscht worden und seitdem ich das Thema angefasst habe, es ist sehr schwierig, ein anderer Blick auf die Space Wolves zu werfen, weil die Space Wolves an sich sehr, sehr viel weniger als die meisten anderen Space Marine Legionen ein klares Bild präsentieren. Ich meine klar, irgendwie steckt da ein Wolfsthema drin und irgendwie steckt da so ein Barbaren und Pseudo-Wikinger-Thema drin und irgendwie steckt da eine Art barbarischerer Ansatz zum Umgang mit Warp-Kräften drin und gleichzeitig ein krasser Aberglaube, da stecken Ideen des Allvaters und der keltischen Mythologie mit drin und all das. Und man könnte jetzt sagen, ja okay, damit haben wir es letztlich zusammengefasst, irgendwie keltische, wikingische Space-Kämpfer, irgendwie so. Aber das ist spannenderweise gar nicht der Punkt, auf den ich so als allererstes gekommen bin, weil ich mittlerweile so viel Literatur und so viele Hintergründe zu den Space Wolves gelesen habe, dass meine Vorstellung dieser barbarischen Krieger, die sich da so ganz, ganz stark gehen lassen, eigentlich mittlerweile sehr klar abgegrenzt ist zu dem, wie sie eigentlich sonst beschrieben werden, nämlich als eine fast schon philosophische, nachdenkliche und für Space Marines erstaunlich freie Gruppe an Personen, die letztlich sich überhaupt nicht von den Einschränkungen des Imperiums unterdrücken lässt. Tatsächlich, wenn ich es beschreiben müsste, würde ich eigentlich sagen, die Space Wolves sind nicht Teil des Imperiums, sondern das Beste, was man hoffen kann, ist, dass die Space Marines Alliierte des Imperiums sind. Das zeigt sich an ganz, ganz vielen Stellen und ich werde jetzt in diesem kommenden ein anderer Blick auf die Space Wolves auch ganz häufig auf ein Werk mich beziehen, von dem ich jedem raten kann, es zu lesen. Es ist einer der großartigsten Horus-Harracy-Romane, den es meiner Ansicht nach gibt, nämlich auf Wolfsbane. Der Roman erzählt sozusagen die letzte Konfrontation zwischen Lehman Russ auf der einen und Horus auf der anderen Seite und auch wie es dorthin kommt. Und dieser Roman ist es auch, der quasi meinen Blick auf die Space Wolves viel, viel mehr geprägt hat als jede Erwähnung des Wortes Wolf, sei es in Wolfsmänteln, Wolfsrüstungen, Wolfsschlitten oder was auch immer. Denn am Ende des Tages wird gleich am Anfang des Buches beschrieben, wie Lehman Russ auf Horus trifft. Und dabei ist eine ganz, ganz seltsame Situation da, weil Lehman Russ quasi frisch von Fenris eingesammelt worden ist und noch sehr, sehr wild, sehr ungeschliffen ist und Horus bereits einige Jahre im Dienst des Imperators erzogen wurde. Und als sie aufeinandertreffen, ist es aber trotzdem so, dass Lehman Russ, der Beherrschter der beiden, der Akzeptierendere der beiden ist. Horus hat wahnsinnige Probleme, Lehman als einen weiteren Sohn des Imperators, als einen Teil dessen, was jetzt passieren wird, zu akzeptieren. Während Lehman Russ einfach sagt, wir sind Brüder, okay, wir werden wahrscheinlich kämpfen. Und als Horus ihn dann irgendwie fragt, ja, aber warum, hat er gesagt, ja, Brüder kämpfen eben, das ist so. Und dieses, das ist so, es ist der Weg der Dinge, das ist das, was die Space Wolves meiner Ansicht nach auf einer ganz, ganz fundamentalen Ebene auszeichnet. Denn wenn wir uns das Imperium als Ganzes anschauen, dann war das Imperium schon immer der Versuch, der Galaxis eine Form von Stempel aufzudrücken. Das bedeutet, man geht quasi hin und versucht, die Wirklichkeit, wie sie ist, Warp wie Realraum, dadurch zu formen, dass man dem großen Plan des Imperators folgt. Und dass man diesen auf Biegen und Brechen und mit aller Gewalt einer riesigen Kriegsmaschinerie durchsetzen will. Und das ist etwas, was die Space Wolves nicht tun. Die Space Wolves als Fraktion sind keine Unterdrücker und sind das auch nie gewesen. Natürlich haben sie Welten die Compliance gebracht und dergleichen Dinge mehr. Keine Frage, während des großen Kreuzzuges waren sie dazu ja letztlich auch verpflichtet. Aber hinter all dem, was die Space Wolves taten, stand schon von vornherein niemals dieser fanatische Glaube an die imperiale Wahrheit. Sondern sie haben sich letztlich eingesetzt für eine Form von menschenwürdigen, gemäßigten Leben. Und das ist jetzt erstmal, was total seltsam erscheint oder auch komisch daherkommt. Wenn man jetzt schaut, welche Space Marine Legion man eigentlich mit Mäßigung in Kontakt setzen würde. Da würde man eigentlich sagen Ultramarines, vielleicht Salamanders. Man würde vielleicht sogar zu den ehemaligen Lunawolves oder dergleichen schauen. Aber tatsächlich, wenn man mal rein auf die Taten schaut und jetzt das ganze Brimborium drumherum weglässt, ist es so, dass zum Beispiel die Ultramarines sich überhaupt nicht auf Mäßigung verstehen, sondern einen krassen Kontrollzwang haben, wenn es um ja eigentlich alles, aber vor allem administrative und strukturelle Dinge geht. Das ist bei den Space Wolves nicht der Fall. Da sind Organisationsformen, sowohl innerhalb des Chapters, aber auch in ihrem Umgang mit Fenris, der Weltenseele und damit dem Warpschatten von Fenris, genau wie den Menschen von Fenris, wesentlich lockerer, organischer, gewachsener. Da ist eine höhere Akzeptanz für die Andersartigkeit des Anderen und das Miteinander da. Die Space Wolves nehmen Fenris auf eine Art und Weise, ja, schon fast wie eben eine Naturgewalt. Sie sagen, ja, natürlich könnten wir diesen Planeten terraformen, zähmen, sonst irgendwas. Aber Fenris ist Fenris und wir werden akzeptieren, wie er, sie, es ist und genauso auch unsere Kultur. Wir nehmen sie an, wir machen sie zu einem Teil unseres Ordens. Das tun auch andere Space Marine Chapter, keine Frage. Und ich will auch nicht sagen, dass sie das nicht tun. Aber bei den Space Wolves ist da eine andere Form von Übernahme drin, sozusagen, die bestenfalls noch bei den Whitescars meiner Ansicht nach so stark ist und bei den Ironhands, die ja auch sehr, sehr große Teile der Kultur, der Heimatwelt dann in das eigene, ja, in die eigenen Ordensstrukturen mit aufnehmen. Aber genauso ist das bei den Space Wolves auch mit einem Verständnis von Gut und Böse, von Warp und Realität. Also, Lehman Russ hat sich letztlich nicht auf Nikea gegen die Nutzung des Warp ausgesprochen, weil er grundsätzlich dagegen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. So dumm ist er auch nicht. Da war keine, wie soll ich sagen, da war keine doppelte Moral dahinter, sondern wogegen Lehman Russ sich ausgesprochen hat, war dieser extreme Fokus auf den Warp, diese fast schon Abhängigkeit und diese extreme Nutzung, die zu extremen Reaktionen geführt hat. Ihn hat entsetzt, was er gesehen hat, als einer der Thousand Sons letztlich da dem Warp erlegen ist und dieser Flash-Change-Krankheit. Das war, was ihn abgestoßen hat. Aber nicht, weil er grundsätzlich den Warp verdammt oder, ja, keine Ahnung, Zauberei misstrauisch gegenübersteht oder sonst irgendwas, sondern weil es hier einfach einen Punkt überschritten hatte, den er tolerieren konnte. Und das passiert bei Lehman Russ ganz oft und auch bei den Space Wolves dann in den folgenden Jahrtausenden. Sie stellen sich letztlich nicht gegen das Imperium als solches. Sie stellen sich aber sehr wohl gegen das Imperium, wenn es den Punkt überschreitet, wo es einfach deutlich zu weit geht. Wenn wir mal in Richtung des Ersten Krieges nach Armageddon schauen. Sie kämpfen Seite an Seite mit den Grey Knights gegen die Dämoneninvasion. Keine Frage, die ist abzulehnen. Aber die Reaktion der Grey Knights nach der Dämoneninvasion ist eine, der die Space Wolves entschieden entgegentreten und die fast zu einer militärischen Konfrontation mit den Grey Knights führt, als eben die Inquisition dann den Planeten vollständig vernichten lassen will, weil die Grey Knights ein Geheimnis bleiben sollen. Und derartige Situationen sind es eigentlich, die man immer wieder trifft. Die Space Wolves nehmen die Dinge, wie sie sind und bringen ihnen eine hohe Akzeptanz entgegen und sind damit eigentlich so eine Form von Mittler zwischen Warp und Realität. Zwischen Space Marine sein und Mensch sein. Weil von allen Space Marine Orden, die es gibt, haben die Space Wolves am wenigsten ihr Menschsein abgelegt. Ich habe neulich in dem Thunder Warrior Video gesagt, am ehesten erinnern mich die Thunder Warriors an die Space Wolves. Und andersrum ist es genauso. Die Space Wolves haben noch ein Ehrverständnis. Sie haben noch Bock auf Krieg. Es ist keine Bürde, aber es ist auch nicht so, dass sie sich super gerne mit dem Administratum rumschlagen oder der gleichen Dinge mehr, sondern sie leben dieses Menschsein als Space Marine auf eine Art und Weise aus, die sie quasi glücklich macht und mit der sie auch umgehen und leben können. Und diese ganze Idee dahinter wird natürlich einmal durch Ragnar Blackmane sehr, sehr stark verkörpert, aber auch durch das ganze Space Marine, ja, durch den ganzen Orden an sich quasi, wäre ihn aber natürlich noch am allerstärksten verkörpert, ist Lehman Russ. Denn auch wenn ganz, ganz viele der, ja, der quasi Romane und sowas Lehman Russ als den Henker des Imperators darstellen, meiner Ansicht nach ist das nicht der Fall. Lehman Russ ist viele Dinge, aber er ist kein Henker und auch kein sinnloser oder blutrünstiger Schlechter, wie er immer dargestellt wird. Er ist nicht wild in seinem Kern. In seinem Kern ist er ein gemäßigter, beinahe melancholischer Mann, der sehr, sehr nachdenklich ist, aber überhaupt kein Problem damit hat, sich mit Dämonen an einen Tisch zu setzen. In Wolfsbane macht er das sogar ganz explizit. Er bittet die Goti über die Weltenseele von Fenris mit dem Warp in Kontakt zu treten und reist in das Reich der Dämonen, um dort Informationen über Horus einzusammeln. Und dort trinkt er mit den Dämonen und spielt Spiele mit ihnen, sich stets der Gefahr bewusst, aber stets respektvoll gegen den Warp und gegen diese Wesen in ihrer Ganzheit sozusagen. Er ist da kein Fanatiker, sondern er sagt, ja, natürlich, was auch immer sie sind, sie verdienen Respekt, einfach nur, weil sie sind. Und wenn ich mich ihnen gegenüber nicht feindselig oder negativ verhalte, dann werden sie sich mir gegenüber nicht feindselig oder negativ verhalten, zumindest nicht mehr, als es ihre Natur ist. Wenn man so will, nimmt er auch den Warp wie eine Naturgewalt, mit der er halt umgehen muss und dafür setzt er all seine Fähigkeiten und all sein Geschick ein, aber niemals wird er daran verzweifelt oder versucht, die Sache an sich in ihren Grundfesten zu ändern. Und das ist, glaube ich, das, was Lehman Ross so wertvoll macht. Er ist, auch als er auf Terra steht dann und Rogel Dornian bittet, hey, bleib, die Horus-Herris, die kommt hierher, Terra wird belagert werden, wir brauchen deine Space Wolves, wir brauchen dich vor allen anderen, sagt er am Ende, nein, das hier ist nicht mein Krieg, das hier ist nicht mein Kampf und ich unterstehe nicht deinem Kommando. Und es wird sogar kurz so ein bisschen zweifelhaft, ob er jemals dem Kommando des Imperators oder irgendeiner anderen Person unterstand. Und genauso verhalten sich die Space Wolves ja heute auch. Sie unterstehen nicht wirklich dem Imperium in einer Kommandostruktur, sondern sie erscheinen, wenn sie der Meinung sind, dass sie gebraucht werden, wenn die Goti die Zeichen gelesen haben oder wenn sie denken, dass eine Sache ihrer, ja, ihrer Waffen würdig ist sozusagen. Und dieser andere Blick auf die Space Wolves heute soll eben der sein, dass sie eben nicht die Henker des Imperators sind, sondern eigentlich etwas viel, viel Wertvolleres. Sie sind das Gewissen des Imperiums. Denn die Space Wolves selbst sind eben genau dieser perfekte Spagat aus. Natürlich kämpfen sie gegen Dämonen, aber sie akzeptieren den Warp. Sie haben die Weltenseele von Fenris, ihre Goti stehen in einem steten Austausch mit dem Warp, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie auch dessen Gefahren perfekt kennen. Die Space Wolves beschützen das Imperium, aber sie sind nicht seine ergebenen Diener. Die Space Wolves streiten Seite an Seite mit Organisationen des Imperiums, aber sie haben kein Problem gegen diese Gewalt anzuwenden, wenn sie zu weit gehen. Die Space Wolves sind im wahrsten Sinne des Wortes zwar eine Schreckenswaffe, aber nicht eine Schreckenswaffe gegen die, die den Imperator verraten. Sie sind eine Schreckenswaffe gegen die, die es in irgendeine Richtung Oppression oder Heresie übertreiben. Und darin sind die Space Wolves unfassbar wertvoll für das Imperium und vor allem aber nicht für das Imperium in erster Stelle, sondern für die Menschheit an sich, weil sie für die Menschheit immer eintreten werden und das eigentlich ihre oberste Priorität ist. Das wiederum macht es eigentlich auch ganz cool, dass gerade Limanrass jetzt irgendwo im Warp verschollen ist und man eben nicht weiß, was er tut oder wann er zurückkehren kann. Denn ja, natürlich, das Imperium hat Gilliman jetzt an dieser Stelle gebraucht. Es braucht einen Anführer und einen Verwalter. Aber meiner Ansicht nach sollte der nächste Primark, der zurückkehrt, Limanrass sein, weil das, was das Imperium jetzt als nächstes braucht, ist ein echter Held. Und von allen Primarchen, die je existiert haben oder jede beschrieben haben, ist Limanrass das Nächste an einem echten Helden, was man hat. Denn er ist eben niemand, der aus extremen Neigungen und Gefühlen handelt, sondern Limanrass ist eine Person, die handelt, weil es das wahrhaftig tatsächlich moralisch Korrekte ist, in dieser Situation so zu handeln. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Horus zu töten und hat es aus Bruderliebe nicht getan. Und selbst wenn er es stark bereut hat, so ist es doch so, dass es aus dem Tiefen seines Herzens die richtige Entscheidung war, es nicht zu tun. Ein weiterer Punkt, wo ich das auch nochmal belegen möchte, ist die Tatsache, wie die Space Wolves mit den Wulfen umgehen. Denn wir haben quasi den direkten Vergleich bei den Blood Angels und da ist eine andere Akzeptanz. Bei den Blood Angels ist es so, dass diejenigen, die von diesem Fluch nach Blutdurst und den Todesvisionen Sanguinius überkommen werden, dass sie in einer Todeskompanie zusammengesammelt werden und dann dort quasi an den Feind verheizt, dass man letztlich froh ist, wenn sie sterben. Die Wulfen hingegen begleiten die Space Wolves als eine Art Brüder, als eine Form von Glücksbringer, als etwas, dem man Respekt entgegenbringt, dass man mit, ja, quasi, mit dem man Seite an Seite streitet. Das ist eine Gleichheit und eine Bereitschaft, da den anderen auch als gleich zu akzeptieren, die bei den Blood Angels überhaupt nicht da ist. Sie nehmen auch diesen Fluch des Wulfenseins mit einer anderen, humorvolleren, größeren Gelassenheit und gleichzeitig sind die Space Wolves auch untereinander. Einer der Orden, die quasi sich am menschlichsten begegnen. Militärische Hierarchien stehen völlig hinter der Tatsache zurück, dass man quasi auf persönlichen Ebenen zu den Wulfen wie zu den normalen Space Wolves ja, miteinander umgeht, dass man sagt, hey, wir sind eigentlich eine Gruppe an Personen, die sozusagen die Taten des Anderen ehren und ihm diese Ehre auf einer Basis persönlicher Einschätzung zusprechen und nicht auf den militärischen Rang, den diese Person in irgendeiner Art und Weise ausübt, sondern das erst an zweiter Stelle. Was ich da auch noch cool finde, ist, dass die Space Wolves selber diesen Titel Space Wolves eigentlich maximal von sich weisen und eben sagen, wir sind die Flaka Fenrica, wir sind das Volk von Fenris und auch alleine dieser Name, das Volk von Fenris bedeutet, sie machen nicht wirklich einen Unterschied zwischen sich und den normalen Menschen von Fenris, sondern für sie ist das alles Eins, Teil eines großen Kreislaufs. Natürlich haben sie als Space Marines mehr Verantwortung als Astartes, aber grundsätzlich sagen sie erst einmal, wir alle sind von Fenris und Fenris ist Eins und das wiederum macht es auch so cool irgendwie, dass man eben diesen Elite-Gedanken, der ja auch schon wieder eine Übersteigerung wäre, auch aus den Space Wolves herausnimmt. Sie sind letztlich alle Heroen, die in ihrer eigenen Saga reisen und ich persönlich finde das cool, dass man in der Mitte des 41. Jahrtausends, 42. Jahrtausends demnächst dann schon quasi fast, einfach diese Gruppe an Personen hat, deren eigentliche Aufgabe es ist aufzupassen, dass es da draußen keiner übertreibt und vor dem sich jeder fürchten muss, weil sie so unabhängig sind, dass einfach absolut nicht abzusehen ist, in welche Richtung sie sich wenden werden oder gegen wen sie sich wenden werden und du weißt aber, wenn die Space Wolves gegen dich stehen, hast du moralisch echt was falsch gemacht. Dann bist du der Böse in der ganzen Geschichte. Das mag ich sehr, sehr gerne. Genau, das war heute mein anderer Blick auf die Space Wolves als das Gewissen des Imperiums. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.